Heute geht es um Schmerzmittel und deren Nebenwirkungen. Ein hochinteressantes Thema, und zwar um Schmerzmittel, die frei verkäuflich sind, wie die sogenannte Acetylsalicylsäure, ASS, auch besser bekannt unter dem Namen Aspirin. Dies war eins der allerersten Schmerzmittel vor ungefähr 130 Jahren, da hat die Firma Bayer ins Leben gerufen. Das ASS 100, zum Beispiel 100 Billigramm, bekommen sehr viele Herzpatienten verschrieben, über ganz viele Jahre hinweg, im Prinzip sogar zum Teil über Jahrzehnte. Und deswegen ist es wichtig, dass wir mal hier über die Nebenwirkungen sprechen. Aber sie heißen auch nicht steroidale Antirheumatika, weil sie aus dem Rheuma-Bereich kommen. Damals hat der Entdecker des Aspirins ein Rheumamittel gesucht, wegen den Dauerschmerzen dieser Patienten. Das Problem nun ist, dass 25% der Nebenwirkungen dieser nicht-steroidalen Antirheumatika, dazu gehört auch zum Beispiel Ibuprofen und so weiter, ich gehe nachher noch darauf ein, betreffen den Magendarmtrakt. Also Nebenwirkungen wie Magenschleimhautentzündungen, Blutungen, Geschwüre und so weiter, sind hier gang und gäbe. Und das Risiko steigt mit der Dosis und mit der Einnahmedauer, besonders in Kombination mit anderen nicht-steroidalen Antirheumatika. Und wie gesagt, der Begriff nicht-steroidales Antirheumaticum, auf Englisch heißt es NSAID, Non-Steroid Anti-Inflammatory Drug, also da ist das I dabei, inflammatory, die sagen anti-entzündlich, wir sagen Antirheumaticum. Und das geht auf den ursprünglichen Einsatz dieser Medikamente zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen zurück. Und die Rheuma umfasst ja eine Vielzahl von entzündlichen Erkrankungen, die oft mit Schmerzenschwellungen und Bewegungseinschränkungen einhergehen, besonders natürlich in den Gelenken. Und früher war der Begriff Antirheumaticum allgemein für Medikamente verwendet worden, die bei der Behandlung von Entzündungen und Schmerzen im Zusammenhang mit rheumatischen Erkrankungen halfen. Und die NSAID besitzen eben diese Eigenschaften, sie hemmen Entzündungen, sie lindern Schmerzen und deswegen werden sie in diese Kategorie eingeordnet. Und nicht-steroidal bezieht sich darauf, dass diese Medikamente keine Steroidverbindungen enthalten, im Gegensatz zu Cortico-Steroiden wie zum Beispiel Cortison, die ebenfalls starke entzündungshemmende Wirkungen haben, aber mit anderen oft schwerwiegend deren Nebenwirkungen einhergehen. Und der Begriff Antirheumaticum wurde dann verallgemeinert, auch wenn NSAIDs heutzutage für viele andere Arten von Entzündungen und Schmerzen eingesetzt werden, eben nicht nur bei rheumatischen Erkrankungen. Das war mal die Historie dieser Begriffsentwicklung. Und jetzt komme ich nochmals dazu zu den Schmerzmittelklassifikationen, nur so zur Info. Da könnte ich über jedes einzelne einen ganzen Vortrag halten. Also wir haben die nicht-steroidalen Antirheumatika, über die spreche ich heute. Dann haben wir die Opioide. Das sind Opioide, Analgetika. Wir haben Metamizol, auch bekannt unter Novalgin. Das sind auch Prostaglandin-Synthese-Hämmer, aber ähnlich wie Paracetamol, aber die hemmen peripher und zentral. Die Zyklooxygenase. Das Paracetamol, dasselbe. Wir haben die Corticosteroide. Wir haben Lokalanästhetika, wie es auch der Zahnarzt zum Beispiel benutzt. Antikonvulsiva, also antiepileptische Medikamente. Antidepressiva gehören auch zum Teil zu den Schmerzmitteln dazu. Cannabinoide haben wir. Muskelrelaxantien. NMDA-Rezeptor-Antagonisten. COX-2-Hämmer. Das sind wiederum selektive Antirheumatika. Auf die gehe ich heute auch noch ein. Und wir haben noch die Tryptane, insbesondere für Migräne sind die wichtig. Also wir sehen, es gibt hier doch sehr viele verschiedene Schmerzmittel, mit denen sich die Ärzte auch dann auskennen müssen. Und die COX-Hämmer werden wiederum in zwei Kategorien unterteilt. Auf die gehen wir heute ein. Also Aspirin, Ibuprofen, Volcarin. Volcarin, das sind so die üblichen Geschichten. Das sind nichtselektive COX-Hämmer, also Zyklooxygenase-Hämmer. Und die Zyklooxygenase ist ein Enzym, das der Körper selbst herstellt, dass die Umwandlung von der Arachidonsäure, das ist die tierische Omega-6-Fettsäure, in eben die bestimmten Prostaglandine oder Leukotriene umwandelt, die dann proentzündlich wirken und auch Schmerzen machen, auch Fieber machen, aber auch zum Teil eine Blutgerinnung machen. Das haben wir auch, deswegen wirkt ja auch ASS als Gerinnungshämmer bei Herztatienten. Und zum Beispiel zu den nichtselektiven COX-Hämmern, die hemmen die COX-1 und die COX-2, das ist wichtig, wegen den Nebenwirkungen, haben wir die Acetylsalicylsäure, ASS, wir haben Ibuprofen, Diclofenac, Naproxen und Indomethazin, die sind zum Teil verschreibungsfrei, zum Teil verschreibungspflichtig. Und dann gibt es noch die selektiven COX-2-Hämmer, die wirken dann nur gezielt auf die Zyklooxygenase 2, das wäre zum Beispiel Celecoxib oder Ethoricoxib oder Parecoxib. Und die COX-2-Hämmer wirken weniger auf die Magenschleimhaut und haben somit weniger Nebenwirkungen auf Magen und Zwölffingerdarm. Also nochmals, aus der Arachidonsäure wird über die COX, COX, über dieses Enzym, eben bestimmte Prostaglandine, Leukotriene und Thromboxane gebildet, die eben aus der Omega-6-Fettsäure alle pro-entzündlich, pro-Gerinnung, pro-Fieber, pro-Schmerz wirken. Ganz anders aus der Ecosapenta-Ensäure, der Omega-3-Fettsäure, da werden auch diese Prostaglandine, Leukotriene und Thromboxane gebildet, aber anti-entzündlich, anti-Fieber, anti-Gerinnung und so weiter. Aber das hat mit der COX dann nichts zu tun. Deswegen können wir ja auch als Ausgleich Omega-3-Fettsäuren zu uns nehmen und haben hier schon einen anti-entzündlichen Ausgleich. Und in der Pharmakologie werden keine Omega-3-Fettsäuren gegeben, da werden COX-Hämmer gegeben, dass einfach nicht so viele von diesen pro-entzündlichen Substanzen aus der Omega-6-Fettsäure entstehen. So kann man es auch machen. Das ist Pharmakologie. Und warum verursachen denn diese Medikamente, zum Beispiel ASS, diese Magendarmprobleme? Ganz einfach, weil die Zyklooxygenase 1 gehemmt wird. Und 2. Die 2er, die wirkt an Schmerzlindern und Entzündungshemmend. Und die 1er, die hat wiederum schützende Prostaglandine für den Magen. Also sprich, wenn man die COX-1-Hemmd, dann hat man eine erhöhte Magensäureproduktion und eine verringerte Schleimproduktion, also eine Schleimschutzschicht, die wird dann verringert. Und die Magenbeschwerden nehmen zu durch unter anderem die Hemmung des Prostaglandins E2, durch die COX-1-Hemmung. Also das Prostaglandin E2, dementsprechend fördert die Schleimproduktion im Magen und reguliert aber auch den Blutdruck, Entzündungen und das Schmerzempfinden. Ist auch noch wichtig für die Menstruation und Geburt, für die Frauen, also wenn Frauen viel ASS zum Beispiel einnehmen und möchten schwanger werden oder haben eh schon Zyklusprobleme, dann ist es auch nicht so gut. Und wenn wir es durch ASS oder auch Ibuprofen, die es hemmen, dann sinkt die Schleimhautschutzschicht und die Magensäure steigt. Wir sind anfälliger für Schäden im Magen und das sind dann die Nebenwirkungen Magenbeschwerden, oft kleine unbemerkte Blutungen, in den schwereren Fällen auch Magengeschwüre und Magenblutungen oder Zwölffingerdarmgeschwüre mit Blutungen. Und dann haben wir dann daraufhin selektive Zyklooxygenase 2, also COX-2-Hemmer entwickelt, die eben die COX-1 nicht hemmen, nur die COX-2. Und die wirken dann auch entzündungshemmend, weil COX-2 in erster Linie Entzündungen verursacht. Wie zum Beispiel das Celecoxib zum Beispiel. Und die haben zunächst weniger Nebenwirkungen gehabt, aber im Laufe einer chronischen Gabe, also einer Langzeitgabe traten dann tatsächlich ebenfalls Magen-Darm-Probleme auf, aber auch Herz-Kreislauf-Komplikationen. Und da haben wir auch ein COX-2-Hemmer sogar wieder vom Markt genommen. Das war 2004, glaube ich. Ich erinnere mich noch dran. Dann gibt es noch ein großes Problem bei diesen COX-Hemmern im Allgemeinen, bei diesen peripheren Schmerzmitteln wie ASS und Konsorten, dass die Vitamin C rauben, insbesondere im Magen. Wir brauchen im Magen eine sehr hohe Vitamin C-Konzentration. Ungefähr zehnmal höher als im Blut. Und diese Vitamin C-Konzentration wird quasi von diesen Medikamenten geraubt. Aus dem Grund, weil Magenschleimhautentzündungen entstehen. Ich muss dazu sagen, auch eine normale Magenschleimhautentzündung, die nichts mit den peripheren Schmerzmitteln zu tun hat, weil die Leute sich falsch ernähren, weil sie im Stress sind, etc., raubt genauso das Vitamin C. Das hat also in erster Linie etwas mit der Magenschleimhautentzündung zu tun. Und das können wir, also da gibt es Studien, da können wir das ASS zum Beispiel mit Vitamin C kombinieren. Und das reduziert dann also Magenschleimhautschäden und auch den oxidativen Stress. Der oxidative oder auch der nidosative Stress, habe ich ja schon viel darüber erzählt auf diesem Kanal, verursachen auch nochmals Magenprobleme durch Mageneingangs- und Magenausgangsmuskelerschlaffungen. Die erschlaffen dann auch, der Darm erschlafft dann durch den nidosativen Stress. Und das verstärkt auch nochmals zusätzlich die Magensäureproduktion und vermindert die Magenschleimhautgefäßversorgung. Also die Magenschleimhaut wird nicht mehr so gut durchblutet. Ganz einfach. Und das gibt natürlich Magenschleimhautentzündungen, Magenschmerzen, Magengeschwüre. Und was macht es hier der Schulmediziner? Also diese Nebenwirkungen von diesen Schmerzmitteln, Voltaren, Ibuprofen, ASS und so weiter, machen diese Nebenwirkungen insbesondere, wenn diese Medikamente über einen langen Zeitraum eingenommen werden. Der Schulmediziner sagt dann, ja, da geben wir einen Magenschutz mit Tier. Das nehmen Sie jetzt auch noch ein. Das schützt Ihren Magen, das ist ein Magenschutz. Und damit meint er die sogenannten Protonenpumpen-Inhibitoren, die PPIs. Das ist zum Beispiel Pantoprazole oder Omeprazole. Und Pantoprazole, 20 Milligramm zum Beispiel, ist mittlerweile schon lange in den Apotheken verschreibungsfrei, Apotheken, Apothekenpflichtig zu kaufen. Magensäureblocker. Klar, wenn jetzt ein Aspirin oder ein ASS oder ein Ibuprofen eben zu viel Magensäure produzieren lässt, dann kann man mit Pantoprazole oder Omeprazole die Magensäure wieder blockieren und dann ist die Sache, auf Schwäbisch sagt man, geschwätzt. Dann ist es wieder in Ordnung. Nur, auf lange Sicht eben auch nicht. Das funktioniert kurzzeitig, aber auf lange Sicht funktioniert das nicht. Denn diese Medikamente, diese PPIs, also Pantoprazole und Konsorten, hemmen die Magensäureproduktion, indem sie die Protonenpumpen, die H plus K plus ATP-Asen, in den Belegzellen des Magens blockieren, was zu einer Reduzierung der Säuresekretion führt. Das wollen wir ja da auch erreichen. Und wie gesagt, das geht eine Zeit lang gut. Allerdings schütten diese Zellen, die sogenannten Belegzellen, die ja blockiert werden im Magen, nicht nur Salzsäure aus, sondern auch den sogenannten Intrinsic-Faktor. Und den Intrinsic-Faktor, den brauchen wir für unser Vitamin B12. Denn der Intrinsic-Faktor schützt das Vitamin B12 durch den Dünndarm hindurch, bis ins Ilium, in den Entendünndarm. Und da wird das Vitamin B12 dann aufgenommen. Ohne Intrinsic-Faktor, kein B12, massiver B12-Mangel. Und genau das passiert hier auf lange Sicht gesehen durch die PPIs, durch die Magensäureblocker. Da die Leute bekommen einen Vitamin B12-Mangel und einen Vitamin C-Mangel und einen Magnesiummangel übrigens auch noch. Und dann haben wir dann den Salat. Also das ist nämlich kein Spaß dann. Wir könnten auch was anderes verabreichen, so mache ich das in meinen Patienten. Ich gebe dann lieber mal H2-Blocker, also Histamin-2-Blocker. Die tun auch, die Belegzellen dann belegen, also wirken mit denen und die Magensäure reduzieren. Aber nicht ganz so stark wie die PPIs. Und haben allerdings dann nicht so eine starke, wie soll ich sagen, Wirkung auf den Intrinsic-Faktor. Ich sage es nochmals, die Belegzellen im Magen sezernieren eben die Magensäure. Die spielen eine Schlüsselrolle in unserer Verdauung, die hier dann blockiert werden durch diese Magensäureblocker. Und der Intrinsic-Faktor, der hier auch ausgeschüttet wird, ist ein Glykoprotein, das für die Resorption von Vitamin B12 im dünnen Darm elementar ist. Also ohne Intrinsic-Faktor kein Vitamin B12. Kurz gesagt, die Belegzellen sind entscheidend für die Magensäureproduktion und die Aufnahme von Vitamin B12. So, und da sehen wir, die Schulmedizin, die erkennt dann schon die Nebenwirkungen dieser peripheren Zyklooxygenase-Hemmer, peripheren Schmerzmittel, und gibt aber dann, weil 25% dieser Nebenwirkungen ja definitiv auf Magen- und Dünndarm gehen, eben, also 12-Finger-Darm gehen, eben ein Magensäureblocker, um diesen Vorgang zu blockieren und diesen Nebenwirkungen entgegenzutreten. Funktioniert aber nicht, auf Dauer gesehen, weil diese PPIs, diese Magensäureblocker, eben neue Nebenwirkungen dann provozieren und gestalten. Und dann, wie gesagt, ich habe gerade für den H2-Blockern gesprochen, die wir auch verabreichen könnten, wie zum Beispiel Phamotidin und Konsorten. Und da erzähle ich euch jetzt im zweiten Teil, ich hänge hier jetzt noch einen zweiten Teil an, sonst würde das jetzt zu viel werden, warum Phamotidin oder eben diese H2-Blocker günstiger wären, jedenfalls mal für einen bestimmten Zeitraum, als die PPIs und was die auch noch können. Die können nämlich was ganz Bestimmtes, über das ich hier auf YouTube gar nicht reden darf. Das ist hier durch die Richtlinien verboten. Und das ist ganz, ganz, ganz spannend. Also schaut euch den zweiten Teil auf jeden Fall an. Ich erzähle euch auch noch, warum ASS und wieder mit B12 Folsäure und auch mit Eisen noch zu tun hat und was ihr machen könnt, um euch zu schützen, wenn ihr ASS oder Ibuprofen oder Ähnliches des Öfteren einnehmt oder einnehmen müsst oder sogar über einen längeren Zeitraum, wie nach einem Herzinfarkt oder Ähnliches. Weil das ist dann schon notwendig. Ich sage nicht, ihr soll es nicht einnehmen. Aber wir können uns ja schützen, wir können ja was Vernünftiges machen, nicht nur diese Protonenpumpeninhibitoren nehmen. Ich rede auch noch was über Paracetamol. Da erzähle ich euch noch, warum Paracetamol verheerende Schäden haben kann, wo es dann im Körper sogar lebensgefährlich werden kann. Und was ihr tun könnt, um euch von solchen Geschichten ganz, ganz einfach zu schützen. Ich habe unten einen Link reingesetzt in die Videobeschreibung. Da könnt ihr draufklicken. Und dann über unseren Newsletter kommt ihr dann natürlich kostenfrei zu dem kostenlosen und unzensierten Video. Also die Fortsetzung plus viele weitere Videos und Interviews, die wir hier eingestellt haben. Alle unzensiert und natürlich kostenlos. Schaut da mal rein, das lohnt sich. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch allen alles Liebe, alles Gute und ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.